Wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit und gehen gleich in die Welt, und zwar nach Timor-Leste. Wir haben ja Harald und Beate Himmerling hier. Ihre Tochter Rahel ist in Timor-Leste als Missionarin und arbeitet besonders mit Kindern. Eine ihrer Mitmissionarinnen ist eine Französin, Veronique. Die Veronique war auch hier bei uns von Frankreich aus im Kandidatenkurs. Die beiden kennen sich von daher auch, und Gott hat sie beide, in diese Arbeit nach Timor-Leste gerufen. Wir haben immer wieder Anliegen auch von ihm gehabt, auch durch eure Verbindung ist es sehr eng. Und kürzlich hat die Rahel einen Ding geschickt und sagte, das örtliche Fernsehen, also von Timor-Leste war da, und hat die Arbeit aufgenommen, einen Film produziert, 20 Minuten. Und es ist zwar auf Tattooen und keine Übersetzung dabei, aber es gibt einen guten Eindruck. Ich habe jetzt einfach mal diese 20 Minuten genommen und habe 10 Minuten rausgeschnitten, wo zu viel geredet wurde, und man es dann doch im Wesentlichen nicht verstanden hat. Und ich denke, es gibt uns einen wunderbaren Eindruck von der Arbeit, in der Rahel Hämmerling und Veronique Robinson stehen. Vielleicht ist auch noch zu erwähnen, dass die beiden im Moment von dem WEG-Team dort in Timor-Leste alleine sind. Durch Krankheit, durch Corona, durch Umstände ist das Team sozusagen versprengt worden, und im Moment sind die beiden dort. Dieser Film, der ist ungefähr vor fünf Wochen entstanden und aufgenommen worden. Ich versuche ihn mal gleich jetzt hier zu kriegen. Musik 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 Ich bin der Mieter Senter, in der Säuleck-Täbe ist. Ich bin der Säule Malu-Falli, und der Programm ist alles. Ich bin der Mäste, aber ich bin der Sanitizer. Ich bin der Säule. Musik Hallo, ich bin die Kirche. Hallo, ich bin die Kirche. Ich bin die Kirche. Mein Name, habe ich von Ihnen. Ich bin Veronika. Wenn ich die Kirche, dann habe ich die Kirche. Ich bin die Kirche. Ich bin die Kirche, weil ich sage. Und dann haben wir die Biscuit, die Hudi und die Biscuit. Deri-Hanam-Fati, der Tschüssi-Han-Kone, Kalan-Korade, Kalem-Korade, Kalem-Korade, Ihanam-Fati. Maro-Matalo Ita, Maro-Matalo, Haro-Nia Haro, Mundu Tomatasi, Lale-Han-Dorai, Maro-Matalo Diak, Nia Haro-Grabat, Nia Reis-Mak-Nia Haro-Grabat, Ketussi-Han-Kore, Kalem-Korade, 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 Ihanam-Fati. Ketussi-Han-Kore, Kalem-Korade, Kalem-Korade, Ihanam-Fati. Mein Kaffi hat am Aroma. Ich komme Klaus, meine Koko-Tuck-Date. Hey, Kolega Sira, ich sage dir mal, was ist das? Ich kann Barak-Tamak, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Jesus, Jesus, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Mama! 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 Foti. Ebeni, Foti. Ebeni. Daka, daka, daka. Ich bin bereit, ich bin bereit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann, wir schauen uns das. Wir sind die Graze, die wir nicht mehr haben, die wir nicht mehr haben, die wir nicht mehr haben. Dann, Okay, in Belga? Iraruatolo. Maroma. Iraruatolo. No laranlua. Nieromi. Okay. Okay. Iraruatolo. Maroma. Iraruatolo. No laranlua. Iyalahirus lalais. No nakomu hodome. Entah, diak. Matenek. Diak. Boleh auzit, Ania? Iwan. 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 Das ist der Teufel. Ich habe mich sehr interessiert, dass ich in den Kursen habe, dass ich Esperanza habe und ich habe gelernt, dass ich es nicht gelernt habe. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht gelernt habe. Ja. Und ich weiß, dass ich Esperanza habe. Ich habe auch die Aktivitäten gelernt, dass ich es nicht gelernt habe. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe die Ausbildung in Englisch, in Portugais und auf Computer. Ich habe die Ausbildung in der Küche, und ich habe die Ausbildung in der Schule auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal. 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 ...